weiter geht's weiter geht's Schiff Ahoi und so weiter so muss jetzt hier runter wahrscheinlich oder ich weiß nicht ja irgendwo ein Glückstreffer sein ich komme ja weiter ne geh weiter links ich doch ganz links sogar ja könnte sein ne er war weiter rechts oder nein da ist er ah nice da ist er da ist er da ist er da ist jetzt der Feuertyp das ist mit Rock'n'Rolls Kampson jo ah es ist so awesome ne ist es of course it is ja so we have to fight against Dancer Raymond he will use his Simuzeer level 24 and we will send out Rock'n'Rolls with Rockslide and Flame Burst will not do that much damage so Rock'n'Rolls Kampson punish him completely and Simuzeer goes down so we gain experience you know this guy called soft dad me yeah yeah man was me me there is still a couple of Roaches yeah and he has always to talk in English and I can't understand him fuck fuck this shit ah ne das sind die Bobs Leute niemals warte mal warte mal that's the biggest fail niemals in dieses Gebäude geht ich schluss wir verlieren die Welt es viel mehr Zeit da rein zu gehen als diese jetzt in diesem anderen Haus zu feiten ja das ist aber auch Feldeshaus das habe ich nämlich beim ersten Mal auch komplett ausgelassen und zwar gut so dass der Reinhardt die Besuchung ist der Gitarre übrigens jubb und hier sind die Blöden bösen bösen ich weiß schon weiß wie du dich gespoilert hast aber ich glaube ich glaube dass die eigentlich viel 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 also für die dies noch nicht wissen ich glaube dass die eigentlich viel also viel mehr da ist Prozent ich glaube es ist ja der Oberböse wie sie sind erstmal die drei Freaks da gibt er er gibt nichts der Mittleren müsste die es nun zusammen und er da war nicht voll ja zu sich rechnen abschuldet er hat den Daten und erledigt er heute anspricht da hat so und ich kriege ich meine er wird kommen an der denn mann die 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 steigerst im Welt nicht So wer will denn das überhaupt haben? Schinken! Schinken gets money, oh! Alter, sind wir krank, Alter. So, jetzt zeige ich euch noch was, weil ich bin ja voll schlau. Hier könnt ihr euch komische Getränke ziehen. Und hier? War das hier? Ich muss mal kurz selber gucken. Hier geht es zur Stadt raus. Was waren die ganzen Gebäude? Irgendwas war. Das finde ich übrigens edwisch gemacht. Da ist der Armbewerter, glaube ich, drin. Stimmt, da war der Namens-Recaller. Und der Bob, war das der? War das der? War das der? War das der? Nee, das war der. Mist, ich muss die Häuser. Geht's aus der Stadt raus. Hier war noch was cooles, ich bin mir ganz sicher, hier war irgendwo noch was richtig cooles. Hier war der Namensbewerter. Das ist er. Das muss er doch sein. Ja. So, Name-Rater. Was halten Sie von Weichkopf? Nein. Ah Leute. Ähm. Ähm. Warte mal, wo war denn das? Jetzt muss man kurz Stitagen durchchecken. Hier war irgendwo noch ein cooles Geschenk. Wir gucken mal, wir sprechen mal alle coolen Leute an. Da ist noch der Bob genau. Jetzt wieder die schwarze Wand der Hölle. Hier ist nämlich aufgepasst. Oh, 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 oh. Wichtig. Gut, dass ich mich damit überhaupt nicht auskennen, aber hier ist der hier. Hä? Der hat doch... Äh, mein Scheiß. Okay, Leute, ich hab keinen Plan mehr, was ich machen wollte, aber ist das krank wie Vini? Hä? Hä? Fuck, jetzt muss ich den Typen wiederfinden. Das war schnell. Wen suchst du denn? Oder muss man dafür erstmal dieses leer geräumte Haus bashen? Man weiß es nicht. Oder was gegenüber? Das sind hier so die Fragen, die sich der Ander gerade stellt. Was hier? Sag's doch mal. Ich weiß nicht, was du suchst. Sag's mir doch. Gib mir doch mal das, was ich will. Ja, da ist es. Ich weiß gar nicht, was das auf Englisch ist, aber... Hier. Hier, die Fans und Specialty Fans for the win. Ist eigentlich voll mächtig. Ich weiß grad überhaupt nicht mehr, wie das auf Deutsch hieß. Zeig mal kurz. Ach das. Das kann still evolve, okay. Alter, ich hab's mir gar nicht geholt bei meinem Plan. Deswegen, das hab ich nämlich mal gesehen. Das ist eigentlich recht mächtig. Ja, nice. Für alle? Ne, für alle bis auf Schicksal. Für's Rock'n'Rolls geben, wenn ich gesagt. Damit's noch mächtiger ist. Ja. Vor allem das Specialty Fans noch höher ist. Ja, die Scope-Linse kannst du ja dann Epic oder so geben. Was hat Epic? Ne, Epic hat die Holzkohle. Epic hat nur ne Beere, oder? Ne, Holzkohle. Ach so. Obwohl wir gar nicht so viele Feuerattacken hören, Leute. Ja, Scope-Linse wär' fast besser als Holzkohle, oder nicht? Ach, fragt das nicht den Ander. Neul. Ander ist krank drauf. Ander ist krank. Und zwar wirklich. So, das war's eigentlich. Mehr wollte ich dann nicht mehr. Das muss ich mir irgendwann auch mal holen. Hat der Typ eigentlich gerade gesagt, dass wir 169 Pokémon gesehen haben? Hat's grad richtig gewesen? Ja. Das stimmt natürlich klar, weil wir voll am Upgrade hier sind in der EDI, aber... It's nice. Ah! Und das ist ja wirklich gemeint, wenn ich das jetzt machen würde. Soll ich nochmal ganz... Soll ich... Soll ich das machen? Ne, das meint nicht das Böse. Das meint, wenn die Surfer kriegen. Aber erst mal kommt... Cheech-Draw. Ich bin nicht da draußen mit der Zirkschüge. Ich bin ein EG. Nach langer Zeit... Ich bin ein EG. Ich bin ein EG. Ich bin ein EG. Oh, Ragequit von Ihnen. Oh, da kommt der Notbauer noch hinterhergespringt. Der aka Löö. Hat er es schon gesagt? Hat er sich verraten? Ja, voll. So hart. So hart. So hart. So hart. Das war leider der Bob. Käfer Noob. Ich seh mich nicht. Ah, da hinten. Ich seh mich. War das hier? Nein, natürlich war es nicht hier. Es war... Ach ja, ich erinnere mich. Das war irgendwo am... Am... Am Prime Pier. Wie wir sogar die Namen von den Häfen und so weiter kennen. Das ist auch krank, ne? Ne, das habe ich gerade gelesen. Es war weiter. So war das nicht ganz vorne? Doch, Prime... Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Da sind die Loops. Oh Gott, das Bells hier. Oh, Bell, Bell! Schau mal! Sie hat... Sie hat... Er hat ein kleines Kind dabei. Er hat ein Kind dabei. Er hat ein Kind dabei. Hier, du musst... Style in der Aktion jetzt. Synchro. Ander. Ich habe hier ein neues Kind dabei. Ah! 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 Denerleiterin! Team Plasma hat es geklappt. Team Plasma zurück. Team Plasma hat sie genommen. Scheiße, wie sie jetzt schon schön die Schuld auf Team Plasma... Oh, 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 und hier so... Ne, das stimmt gar nicht. Sagt sie gerade. Oh, das wird bitter für dich enden. Du wirst echt irgendwo begraben enden. Fuck the bitch. Alter, shit. Der schwarze Edition muss der zurückkriegen. Iris! Wo ist... Wo ist meine Schaufel? Ich muss noch Pallajacken machen. Wo ist der Hyperball? Ich muss den Hyperball dazulegen. Oder den Äther. Boah! Alter. Ich scoutete Jimmy. Aber was geht da eigentlich? Das ist auch der Scoutingplan. Da haut er wieder rein. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Bei this young lady's side, lol. Alter. Wie die sich angucken. Ja. Lass mich wieder. Lass mich mit dem Kind allein. Ich muss jetzt in ein Loch buddeln. Hahahaha. Tschau an da. Hahahaha. 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 Die Plasma hat das Kind geklaut, lol. Hahahaha. Hahahaha. Oh, lol. Hahahaha. 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 Ich geh mal kurz runter, ob hier... War hier was? Ich weiß nicht. Aber das war halt gerade zu krank. Hä? Wie sieht denn der aus? Der sah gerade aus wie Mega Man. Hahahaha. 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 Alter, mir tut voll alles weh. Hahahaha. 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 So, in diesem Building... Wie war das nochmal? Ich muss jetzt den fetten Ryan raushauen. Warte mal, wie war das? Warte mal. Hilf mir mal schnell auf den Sprüngen. Hahahaha. Hahahaha. Ich komm gleich drauf. Warte, ich sag's euch gleich, wenn sie reinhauen. Auch jetzt wollen sie erst mal kämpfen. Hahahaha. 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 Alter, mir fühlst du das echt alles weh. Ah, okay, wir haben neue Hinweise auf Bell. CENTILE, a.k.a. Welt vielleicht... Garne-O-Vell, a.k.a. Cooles Pokémon. Alter, ich hab ne neue Theorie. Und zwar? Ist Welt vielleicht der Anführer von Team Plasma? Ja, ich sag doch, es ist der Oberbösewicht, wie oft noch. Aber von Team Plasma, von allen Teams. Was machen wir jetzt? Ich hab Angst. Wahrscheinlich, ja, hat man. Wahrscheinlich ist, ähm, Fuck. Welt, der, der Anführer aller Teams, der halt, die, die Teams in die verschiedenen Regionen aussendet. Oh, fuck. Belle ist böse. Und dann, alle Kinder aus der Region zu sammeln. Die Kindergärten ausrauben. Ach, so feinlich. Fuck, die haben grad gar keine Chance. Zeig nur, Belle war hier. Und jetzt noch dieses Crocodile bashen. Ich mach's mit aller Gewalt. Du musst austauschen. Oh, Weichkopf kriegt ein Level ab. Was ist denn Wallaby? Wannabe? Wannabe? Wannabe. Wochengeschinkenweichkopf oder Epic. Wer wird dieses Ding ins Reichen? Weichkopf muss Level 30 werden. Hat auch keine Peter. Nein. Aber Weichkopf wird jetzt weg. So krieg's mehr Erfahrung. Und es wird's einfach vernichten jetzt. Weil es Wallaby ist ein... Ach, das Ding. Wann? Das Ding. Äh... Nightshade. Zieht immer... Die... Anzahl... An KP ab, die... Die Level, die... Das ist ein 29. Ähm... Das tut mir egal. Oh, du bist. Jetzt Shadow punch. Jetzt muss Shadow punch. hat Welt von mir das macht das ja kein Sinn das ist nicht beides begeistert hat er meint schädet sich alter ich habe da muss doch trotzdem dass er das nicht erledigt nein weil reichen festen Schaden hat trotzdem ein Tag und jetzt kann ich aber nicht beeinflusst das jetzt kommt noch denn hier wenn ich morgen an den neuen 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 und nur noch kommen erst erst die entwicklung nachgabe ich weiß was kommt jetzt mit als muss und shadow punch und neunfakt ist es beginnt auch Weichkopf lernt dazu. It's so on. It's so on. So. Hä? Was war das? Was war das? So, jetzt kommt gleich mein... Oh, oh, oh. Es hat... Es hat... Es... We flüchten! We got lost! We got lost! We got lost! Wie will man denn bitte Lust, Alter? Was geht? The stolen Pokemon? Ich würd mir ja über die stolen Kinder Sorgen machen. Haha, ja. The stolen children. Okay. Wait! Wait! Andergy, you come too! Oh, scheiße! Ich will da nicht rein! Ich will da nicht rein! Alter, scheiße! Oh, dann müssen wir ins Pokemon Center? Können wir das ausnutzen? Nö. Nicht wirklich! Nö, nö. Also... Nö, nicht da rein! Nö, nicht da rein! Oh Gott! Nein! Aaaaah! Kinder! Alter! So! Haha! Wie der Jesus! Hahaha! Ey, 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 getzis! Ah, lol! Getzis, lol! Oh, man! Alter, lol! Alter, raufel! Hahaha! 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 Ja, der soll mal still sein, der Typ! So! Der ist so ein Lamer! Hahaha! Hahaha! Es ist der Swagger! Hahaha! Hahaha! Ja! Er dreht ordentlich den Swagger auf! Hahaha! Dreh mal den lyrischen Swagger auf, was geht ab! Hahaha! Alter, scheiße! Steig aus dem Bett! Dreh den Swagger auf! Hahaha! Schau kurz in den Spiegelzack! Wie Bellen nicht zu... Oh! Jetzt wird's wieder! Hahaha! Hahaha! Thank you for this game! Hahaha! Hahaha! Thank you! Another one! Hahaha! I can... I'm so glad to see you! Hahaha! 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 Da hat es... Da wurde ja ein Pokémon wohl wieder ausgegramm! Böse, böse, böse! Bell! Hahaha! Why are you thanking Bell?! Hahaha! Why are you thanking Bell?! Alter! Hahaha! Wie Bell wirklich der Oberbösewicht ist! Ja, sag ich so! It's just, I'm... I'm so happy! Hahaha! Oh ja, da... He... In it's hole! Alter, was geht ab hier? Alter... Boah! Oh shit, Alter! Oh shit, Alter! Da wird wieder... Letten des... Des item zieht sich wieder jemand! God, fuck this shit! Hahaha! Naah! F-zicker! Lauter! Naah! It's... It's okay! Stink! It's... Earthig! Hahaha! 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 I got my darling child! Hahaha! Okay, if you're happy... I'm happy! Hahaha! 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 Oh god, sie würde jetzt das arme kleine Kind feld sagen! Fuck! Oh scheiße! Oh, schau mal! Sie hat... Sie hat... Sie hat einen Tipp gegeben, wo es eingreift! Ich meine... Ich meine natürlich... Oh, das Kind... Ich bin erschrickt! Hahaha! I keep on feeling your... Oh god, der... Ah! I wills... Ah! Der... Ähm... Das ist so ein Troll, Alter! Ohne Witz! Warte, ich muss mal kurz pausieren! So... Back in Action! Der Ander musste kurz was vorbereiten... Und zwar habe ich jetzt wirklich beschlossen, dass dieser Berg mit seinem... Ähm... Okay, that's great! Ist ab sofort der nächste... Ähm... ST2 Pro, den ich vor 15 Parts angekündigt habe! Hier kommt der epische Tipp! Ha! Ja! Hahaha! 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 Ja, es ist Troll Force! Auf jeden Fall! Da ist er! Okay! Ab sofort ist es Troll Force, Leute! Hahaha! Hahaha! Ey, das war so gut, das spiele ich nochmal! Hahaha! Ah! 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 Also dieser Part achtet aus, wirklich, um super crank zu werden. Allt. Ah! Ah! Da tut immer noch alles weh! Alter! So mal sehen... lol! so wie die Giltenten Tänk wollen und wollen und wollen und wir kriegen hier gerade so viele Hinweise über Belser schmutzige dunkle Pläne haben wir erfahren wo es wo er in den nächsten Kinder vertreten was kriegen wir die Berri siehjubb und Gott ist das letzte Mal dass wir als an die Schnellen ja ich will die gerade weggegangen ist er die Schnellbeilgrad weggegangen ist der Kollege er er hat das treu vorst die besten nicht übrigens geblieben die ließt war wo du vor so wie auch noch mal kurz hoch das war nur so ein Teil der Zeit der Wendung bringt und wie ich den Kollegen treu vor sich vor 15 Parts oder so angekündigt hat und jetzt erst der Trollfors die war doch was ach Leute mir geht's echt nicht mehr gut eigentlich sollten wir jetzt die Cops schnell rufen und schnell Bell verfolgen aber sie war einfach zu schnell ja, er meinst du ja, habt ihr gesehen, wie schnell er war? wie schnell er mit der kleinen Kollegin reingauern ist? wobald es der Daily Disconnect am Start sehe ich gerade nice one also ich geh mich jetzt ein eigentlich könnte ich den Part an der Stelle beenden aber ich seh gerade takes face takes face load was denke ich über Dark Force Labdance load sieht interessant aus da Dark Force Overlords bauen vor allem wie wir die ganze Zeit da da sagen und es keiner sehen das ist bestimmt alle fragen what the fuck das könnt ihr in jedem Part machen dieses what the fuck das passt ja, what the fuck fragen ist immer gut bei anderen LPs so und gleich geht's weiter mit Arena Action war doch schon, ne? wir haben jetzt die Gefahr gebannt und naja, was heißt die Gefahr gebannt? Bell ist immer noch auf freiem Fuß unterwegs aber da kannst du nix machen sie ist ok keiner will mir glauben dass Bell hier ein Bösewicht ist also von den Insider-Trollen hier ja und deswegen zeige ich euch nochmal schnell wo die Arena, wo sie sich befindet sie befindet sich nämlich nicht hier sondern haha angetäuscht und vorbeigelaufen hier ist die ähm good night ciao